Wobei ich ja nicht so gern einkaufen gehe, ich bin, also ich, es ist so, ich fühle mich da so ohne Beobachtung. Ehrlich, die Leute sind manchmal so, da war letztens so ein Pärchen und dann sagen die so, ach guck mal, da ist ja der Türk, da ist er, da ist er, da ist er, der drohto ist er, der geht einkaufen. Als ob es was Besonderes wäre, wenn ich einkaufe, ich muss ja auffressen, verstehe ich? Und dann gucken die wirklich so, ah, kauft er sich Hartönungen, haha, schiebt er seinen Wagen selbst, oder hat er dafür einen Fahrer, ich bin Selbstschieber, oder er denkt wirklich, Ali, schieb mich, ah, des wär er krank. Ah, Ali, ah, des wär, des wär ich krank. Stell dir mal vor, da gibt es so einen Wagen, wo man so die Kinder so reinsteckt, da vorne. Stell dir mal vor, der Ali so, komm, Müllern, ab zur Wurstdecke. Dann kriegst du eine Leona, so Leona, so Leona, so Leona. Äh. All right. All right. Vielen Dank.